Wir spielen heute das Spiel Schere, Stein, Papier in ein paar Varianten. Schere, Stein, Papier, ihr kennt das alle, wir haben Schere, Stein, Papier. Okay? Und wir spielen das erstmal so gegeneinander, ihr stellt euch gleich an die blaue Linie. Und der Gewinner rennt weg, der Verlierer muss versuchen, den anderen zu ticken. Die Ziellinie ist da, die blaue Linie, wo die beiden Hütchen stehen. Und hier die blaue Linie, wo die beiden Hütchen stehen. Du hast gewonnen, genau. Ja, zählt eure Punkte ruhig mit, dann können wir nachher so ein bisschen abrechnen. Wir werden das Spiel dann noch in ein paar Varianten spielen. Irgendwann werde ich reinrufen, der Verlierer rennt weg. Dann rennt immer der Verlierer weg. Die Verlierer rennt weg, los geht's. Irgendwann werde ich sagen, wir holen uns einen Ball. Dann werden wir uns da hinten einen Ball holen und spielen das ganze Spiel mit Ball. Der Gewinner rennt weg. Wir dribbeln jetzt aber. Also nicht den Ball tragen, wir versuchen den Ball zu dribbeln. Okay? Schnapp sie dir, schnapp sie dir, schnapp sie dir, schnapp sie dir. Schnapp sie dir, 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 schnapp sie dir. Vielen Dank.